ein hexenhut oder eine kleine hexe für manche ganz schwierig dabei ist es ganz simpel und ich zeige wie es geht der hexenhut das ist ein einfacher kegel man sieht es in vollform weil ich eine mini variante mache den muss man nicht mal aushöhlen und so kann man das am besten probieren wie das im klein in der mini version erst mal aussehen soll und ich habe das bild oben eingeblendet so sollte ungefähr der hexenhut werden wir machen da ein bändchen ringsrum eine kleine schnalle das kann man ja im ton in selbst trockenen ton das kann man da alles somit herstellen so wie ich das hier zeige ein löschchen rein ran und unten noch eine kleine flache platte und schon sind wir dem hexenhut schon sehr nah und hätten eine kleine deko also ich finde wenn man das schon modelliert mit selbst trockenen ton ist er nicht witzig geworden ein schöner kleiner hexenhut für die halloween zeit und nun machen wir daraus noch eine kleine hexe den hexenhut wisst ihr schon wie geht wir zeigen jetzt noch den rest ich mache auch nur eine kleine kugel als kopf und ein hut klar und einen kleinen kegel der ein bisschen größer ist als körper ganz simpel und einfach zusammensetzen angemalt fertig wenn man das jetzt noch ein ticken schwieriger haben möchte dann machen wir nicht nur den hut sondern zwei größere kegel die müssen wir jetzt ein bisschen aushöhlen wenn es aus ton ist und die wir brennen müssen klar damit das nicht zerknallt im brennofen müssen wir das dann aushöhlen wir machen da ein das aus dem einen teil die füße das andere teil ist so wie eben schon gezeigt das oberteil wir setzen ein paar kleine füßchen ran ganz einfach wieder zwei kegel als arme ein paar details mache ich immer rein so ein paar fetzen die dann halt die die kleidung der hexe darstellen soll dann kommt ein kopf den formen wir noch ein bisschen aus später setzen ihn da jetzt oben rein ich mache immer ein loch in den kegel setzte mit schlicker rein setzt jetzt den hut da drauf und jetzt kommen noch die ärmchen nach nein jetzt mache ich erst ein bisschen zierde ringsherum das kann man jetzt je größer umso mehr kann man ja ein modellieren wenn es so klein ist ist das immer alles ein bisschen schwieriger aber man sieht man kann mit diesen wenigen griffen immer noch mehr details machen und immer braucht man nur ein kegel oder eine platte oder eine kleine wurst jetzt kommen die arme einmal rechts und einmal links dann setzt sich da noch aus einer halbkugel die hände ran dass das wenigstens ein zauber zauber fertig ist die kleine hexe und so kann man das dann noch vervielfältigen indem man es noch detaillierter macht ich hoffe euch hat das video gefallen und tschüss bis zum nächsten mal